Kurz vorneweg, ich habe so viele Kumpels, die richtig krasse Fans von deinem Podcast sind. Also echt Respekt. Männer? Ja, Männer. Unter anderem der Miek, der unseren Podcast-Jingle von Good Vibes Only gemischt hat und das Outro von Nur Verheiratet. Herzliche Grüße, vielen Dank, freut mich sehr. Shoutout an Miek an dieser Stelle, melde dich mal. Ich finde es so schön, dass man, wenn man einen Podcast macht und auch so wie wir das glaube ich machen, auch einfach immer sagen, also das ist gar nicht so ein, ich kriege öfters mal so Kritik, du bist ja gar nicht so kritisch oder und so weiter. Und so fort oder manchmal, also ich bin Patreon, ich bin ein ganz stolzer Patreon von Anfang an und ich erzähle das immer, wie gern ich euch Geld überweise. Das ist eines der schönsten, weil so diese ganzen, ich habe auch Abo für größere Medienhäuser, aber das Medienhäuschen, wo ich am liebsten Teil davon bin und die macht das so gut. Bist du Patron von uns? Ich bin Patron von euch. Ja, er hört ja immer unsere Folgen, gibt mir sogar Feedback. Ich gebe sogar Feedback, ja. Das sagst du mir jetzt erst? Das habe ich dir hundertpro schon ein paar Mal gesagt. Ja, das stimmt, ja. Das ist doch, nee, aber ich finde das, ihr habt da so eine liebevolle Art, das zu machen, was ich, ich finde das ist ein total beispielhaft, wie man so einen Medienbrand aufbaut, aber dass es irgendwie überhaupt nicht so wirkt wie ein Brand. Und jetzt ist es für mich wirklich ein bisschen weh, dass ihr beide mir gegenüber sitzt. Ja, Tito, das kann ich nur so zurückgeben. Darf ich fragen, wie es euch gerade so geht? Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen, also wirklich unglaublich wenig. Ich habe einfach, meine große Angst vor dem Termin heute war, dass ich keine geraden Sätze rauskriege. Aber bis jetzt bin ich confident, ich glaube, ja. Also ich habe sechs Espresso getrunken, langsam flutschen die Silben. Langsam übernimmt die Psychose. Wie ist es bei dir? Also mir geht es eigentlich ganz gut. Also grundsätzlich sagt sie, sie weinen. Ja, ja, ich gucke gerade nach Taschentüger. Sie weiß eine Pointe zu setzen. Wir sind schon gerade ein bisschen am Limit. Also es ist gerade eine sehr verrückte Zeit. Wir fühlen uns so ein bisschen wie auf so einem Vulkan, der eigentlich gerade ausbricht, aber unsere Ärsche halten so oben den Deckel zu. Wir haben uns tatsächlich diesen Termin hier als Abschluss einer langen Arbeitsphase gesetzt. Und danach habe zumindest ich erst mal Feierabend für drei Tage. Das ist eigentlich ganz cool. Und das bedeutet, dass wir die letzten 72 Stunden noch mega viel weggeschafft haben. Genau, und ich habe quasi frei, das heißt, ich muss nur zweimal am Abend auftreten ab morgen. Also das haben wir dann so gemerkt. Ich gehe so zur Erholung, fahre ich jetzt in die Schweiz und drehe zweimal am Abend auf. Das war auch so verrückt. Gestern war unsere Mitarbeiterin Anja Schikarski bei uns zu Hause und hat aufs Baby aufgepasst. Und sie dann so, was machst du noch heute, Thomas? Es war so 18 Uhr. Und ich so, ich habe Feierabend. Und sie so, ja, was machst du dann? Ich so, ja, ich muss noch die beiden Podcasts, die wir heute aufgenommen haben, Beni schicken. Dann muss ich noch Stefan Becker, unser Videomaterial schicken. Dann muss ich nochmal durch das Wimmelbuch gehen. Dann muss ich nochmal ein Meeting morgen mit irgendwie Fernsehleuten vorbereiten. Und dann habe ich so festgestellt, krass, das sind irgendwie, das ist nicht mal nur ein Arbeitstag, das sind anderthalb Arbeitstage, die ich dann abends einfach mal noch so mache. Also was ich damit sagen will, ist, ich bin total krass eigentlich. Also dass ich hier sitze in Fleisch und Blut. Wir wollen jetzt eigentlich nicht damit angeben, sondern eher als abschreckendes Beispiel vorangehen. Leute, es gibt es auch. Macht es nicht so. Macht es nicht so, ja. Es gibt auch zu viel. Ihr seid ja aber natürlich Vorbilder jetzt auch. Also das merkt man ja schon, dass ihr so, also gerade weil ihr jetzt als Paar euch geoutet habt, also als wir uns getroffen haben im Hotel, dann war das ja mein Mitbewohner. Genau, Mitbewohner. Der ist klar und der kommt immer mit auf Tour. Manchmal kam dann noch die Frage, zwei Schlafzimmer oder eins? Zeig mir einen Grundriss deiner WG. Aber macht ihr euch dann manchmal Gedanken darüber, dass ihr diese Vorbilder jetzt seid? Also thematisiert ihr das in dem, was ihr zeigt? Also dass ihr auch sagt, okay, wir gehen ja auch in gewisser Weise mit Beispiel voran. Ja klar, auf jeden Fall. Ja, also gerade jetzt so in den letzten paar Monaten haben wir halt einfach gemerkt, es gibt quasi keine Eltern von jungen Kindern, die in der Öffentlichkeit sind, die das dann nicht so verklärt inszenieren. Also wir wollten dann schon irgendwie ein realistisches Bild vom Mutter sein, Vater sein, Paar sein mit Baby darstellen. Und ich glaube, bis jetzt gelingt uns das auch ganz okay. Ja, es ist ja auch so eine Schwierigkeit, weil wir haben eine relativ junge Gefolgschaft, glaube ich, die auch so ziemlich woke sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite leben wir jetzt natürlich auch einen Lebensentwurf vor. Und das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also da gibt es manchmal so Spannungen, glaube ich, dass die Leute dann denken, ey, ich dachte immer, Hazel wäre super feministisch, warum kriegt ihr jetzt auch noch ein Kind? Oder solche Sachen. Oder ich dachte, ihr wärt irgendwie total links, warum heiratet ihr? Warum lebt ihr in Anführungsstrichen nur in einer monogamen Beziehung und so? Und da gibt es manchmal so Risse, die wir aber auch versuchen, ernst zu nehmen. Und ich glaube, da entsteht auch manchmal so eine Komik, dass man merkt, eigentlich will ich ja, aber ich mache nur. Was meinst du mit Risse, die du ernst oder die ihr ernst nehmt? Naja, zwischen Anspruch und dem, was man dann tatsächlich macht. Also weil du gefragt hast, ob wir uns als Vorbilder sehen. Also ich versuche schon, ein gutes Leben vorzuleben, aber weiß auch, dass ich dann am Ende des Tages doch mal zu McDonalds gehe oder keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel jetzt heute explizit nach einem Wegwerfbecher gefragt, weil ich hier zwölf Recap-Becher bei mir in der Küche habe und einfach es nicht mehr einsehe, ein Euro mehr für ein Espresso zu zahlen, nur um dann bei mir Recap-Becher zu sammeln. Und ich glaube, einen Recap-Becher herzustellen, wenn man ihn dann wegschmeißt, braucht auch sehr viel mehr Energie, als ein Wegwerfbecher zu machen. Also es gibt halt immer mal wieder so Risse zwischen dem Anspruch, den man vielleicht als Vorbild haben müsste und dem, was man dann so de facto jeden Tag macht. Wie hat sich denn euer Blick auf eure Beziehung durch den Blick von außen, der jetzt ja neu ist, verändert? Also weil ihr kriegt ja euch immer noch mal wieder gespiegelt. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass sich das so abschließend verändert hat, sondern dass das immer wieder mal kommt. Also ich bin zum Teil, also es ist eigentlich tagesabhängig, weil es immer von meiner Situation innerhalb der Beziehung in real life abhängig ist, aber auch davon, wie Thomas gerade wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit oder auch wie ich gerade wahrgenommen werde. Hast du ein Beispiel dafür? Also zum Beispiel, wenn wir gerade irgendwie super, wir haben gerade eine super Woche, es ist wirklich mega, also eigentlich sind alle unsere Wochen mehr oder weniger gut, aber manchmal hat man ja so Phasen, wo man einfach so sieben Tage die Woche einfach am Stück denkt so, boah, mega geil, einfach super geil in dieser Beziehung zu sein. Ich tue alles mir Mögliche, damit diese Beziehung für immer hält. Und dann kommt aber irgendwie gerade so eine Folge hoch oder irgendein Schweizer Käseblatt verwurstet irgendwas, was Thomas gesagt hat, neu. Und dann kommen so Nachrichten so, hä, wieso sagt denn dein Mann solche Sachen? Wie kannst du mit dem zusammen sein? Und dann passt es so gar nicht zusammen. Also dann ist es wie so, macht es mich manchmal für eine halbe Sekunde so skeptisch. Denke ich so, hä, stimmt, wenn das so wirkt, dann ist es vielleicht doch gar nicht so. Also dann merke ich so, ah, das kommt schon an mich ran und dann zweifle ich irgendwie so an was. Aber das, also das passiert wirklich für eine halbe Sekunde und dann schütteln wir das ab, weil wir das echt schon lange auch jetzt durchmachen. Und umgekehrt ist es dann aber so, dass ich es dann versuche auch an mich ranzulassen, wenn ich gerade irgendwie, wenn wir uns gerade eine Woche lang nicht viel unterhalten haben. Wir sind beide super gestresst, haben vielleicht nicht immer zusammengearbeitet, sondern auch an einzelnen Projekten und sind deswegen ein bisschen in der Dissonanz. Und dann kommen aber Nachrichten, die sagen, boah, habt ihr eine coole Beziehung, so gern würde ich mich mal mit meinem Partner oder meiner Partnerin so offen und ehrlich unterhalten und auch streiten, ohne dass es schlimm ist. Und dann denke ich so, ja stimmt, das ist echt wirklich mega cool. Also ich finde eigentlich, die Öffentlichkeit hat eigentlich nur positive Einflüsse, wenn man es so an sich ranlässt. Wenn es positiv ist und wenn es negativ ist, block ich es halt ab. Und wir sind natürlich auch sehr oft zusammen und können sehr viele Dinge sofort besprechen. Also wenn irgendwas aufploppt oder so, dann können wir gleich sagen, in den meisten Fällen, hey, was ist denn das? Oder wie siehst du das? Oder, keine Ahnung, stört dich das auch? Oder sowas. Aber es ist wirklich immer so ein bisschen, wie Hazy gerade gesagt hat, wie so ein Boomerang, den man nicht vor fünf Sekunden losgeschleudert hat, sondern vor irgendwie drei Wochen oder so. Und du rechnest dann immer nicht mit dem Boomerang, dass er noch zurückkommt. Und dann fliegt er dir ins Gesicht. Und dann sagt man, ah krass, ich habe ja meinen Boomerang geworfen. Das ist dann auch ein bisschen von meiner Kacke in dem Boomerang. Da habe ich das Ding gemacht. Habt ihr dieses Reflektieren, also miteinander reflektieren, habt ihr das über die Jahre jetzt gelernt oder ist das etwas, was ihr von Anfang an, also ihr seid ja auch Kinder von wissenschaftlichen Menschen, beide, die ja sehr analytisch unterwegs sind. Und also das habe ich bei euch manchmal das Gefühl, ihr wisst, ihr könnt die Sachen so sagen und so ist das und das sind ja die Fakten und egal, ob die jetzt vielleicht emotional vielleicht ein bisschen verletzend sein könnten, aber so ist es nun mal. Und deswegen nehmen wir die so hin und deswegen können wir die auch so besprechen, so nüchtern auch. Ist das passiert oder ist das von Anfang an so eine Beziehungseigenart? Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Beziehungseigenart, die wir aber auch ganz bewusst immer weiter trainieren und auch, also ich zumindest, ich weiß, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, aber ich habe das, als ich mit Thomas zusammengekommen bin, immer schon als so USP unserer Beziehung in meinem Leben, jetzt nicht in der Öffentlichkeit empfunden. Also ich habe gemerkt, das hatte ich vorher noch nie mit einem Mann und auch nicht mit einer Freundschaft und das gilt es wirklich zu pflegen, weil wenn man das, das ist sowas, also es gibt ja so ein paar wenige Dinge im Leben, wo man so merkt, boah, wenn ich das verkacke, das wird mir wehtun in 20 Jahren und dieses Kommunizieren und analytisch über unsere Gefühle reden, das ist so eines dieser Dinge. Ja, es hat wirklich so sofort geklickt. Also es ist wirklich, als würde man 25 Jahre mit einem Puzzleteil rumlaufen und dann endlich findet man das Gegenstück dazu. Das war wirklich krass. Also auch gar nicht unbedingt auf so einer, weil unsere Beziehung wird gerne auf so eine technokratische Seite runtergebrochen. Was heißt das? Ja, so ihr könnt so gut miteinander reden und also als würden wir quasi, als wären wir keine Menschen, sondern einfach nur. Das ist ja das Analytische. Also euch analysiert man natürlich auch und sagt, ja na klar, der ist Comedian, sie ist Comedian, er kann gut mit der Kamera, sie kann gut vor der Kamera. Genau, die Väter sind beide Neurowissenschaftler, ist ja klar, dass es funkt. So als wären wir Vision und Dr. Strange irgendwie so und das wäre einfach alles immer nur so Gedankenstrahl. Darf ich Dr. Strange sein? Ja, ja klar. Ja, aber ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, eine der ersten Treffen, wir hatten damals total viel Schlafprobleme, das hat uns auch am Anfang verbunden irgendwie, weil wir beide irgendwie immer unter Stress standen, unter Strom und immer ganz viel los war. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Ja, es ist jetzt vorbei, genau. Es kommt jetzt wieder und ich weiß noch, eine der ersten Treffen war so krass, weil wir einfach, wir haben uns getroffen, haben uns in ein Bett gelegt und umarmt und ich glaube 20 Stunden am Stück geschlafen. Und das war wirklich so So in ein Umarmung. Einfach so, als hätten wir uns das ganze Leben gesucht und gefunden und dann einfach so geschlafen. Das war total krass, also weil wir, glaube ich, den anderen auch auf einer ganz körperlichen Ebene als Ruhepol sehen. Und das ist was unglaublich Schönes. Ja. Haben wir seitdem auch nicht mehr hingekriegt, glaube ich, so 20 Stunden am Stück. Ja, hey, sie kommen auch ein bisschen in die Tränen. Wo war das? Bei Thomas' Mutter im Keller. Da ist sie gerade. Also Thomas' Mutter hat ein, oder hatte in einem Haus gelebt, wo unten so eine Einliegerwohnung noch drin war, die ihr aber dann auch noch gehörte. Und das war gerade im Prozess, umgebaut zu werden für eine Nachmieterin. Und das war in so einem total weirden Zimmer, was Thomas' Bruder noch so angestrichen hatte. Das ist das hässlichste Zimmer, was ich je gesehen habe. Ja, er hat so Wolken an die Wand gemalt. Aber ich glaube, er hat, ich glaube, die Wand war weiß und die Wolken waren blau. Ja, ja. Es war irgendwie total hässlich. Es war so ganz typisch, so ein bisschen crazy. Und dann noch so eine Sonnenlampe, die gar nicht dazu gepasst hat. Ja, auch ein kreativer Geist. Shoutout an meinen Bruder. Das Zimmer hat seinen Zweck erfüllt. Ja, nee, war sehr schön. Was habt ihr ineinander entdeckt? Also, du hattest ja Puzzlestück. Und Puzzlestück ist ja etwas, was man selbst nicht hat. Also, es sind ja nicht zwei gleiche Teile, die jetzt sich treffen. Das klickt ja. Ja, wir haben, also das haben wir echt, gerade letzte Woche haben wir mit irgendwie, uns mit Leuten getroffen. Und dann haben wir so gemerkt danach, boah, das hat irgendwie, das war jetzt irgendwie kein Abend, der uns Energie gegeben hat. Und, oder den Nachmittag, es war gar kein Abend, keine Ahnung, die Zeiten verschwimmen. Aber, ich habe dann zu Thomas gesagt, es ist so krass, wenn ich solche Begegnungen noch habe. Manchmal hat man ja einfach so Begegnungen mit Leuten und es klickt halt nicht zu 100 Prozent, eigentlich fast immer. Und ich habe zu Thomas gesagt, es ist so verrückt, bevor ich dich kennengelernt habe, war jede soziale Interaktion für mich so. Immer. Also es war so, als hätte ich nie, ich habe eigentlich ein ziemlich großes Talent, würde ich sagen, mit Leuten in Kontakt zu treten und irgendwie was aus denen rauszukriegen. Aber was in die reinzukriegen und dass die was aus mir rauskriegen, das gab es halt eigentlich noch nicht. Also das ist so Thomas' Aufgabe als Puzzleteil, dass ich mich halt auch wohlfühle. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin so zwanghaft damit beschäftigt, dass die anderen sich wohlfühlen, aber ich fühle mich halt nie wohl dabei. Und bei Thomas fühle ich mich halt selber auch wohl. Also es ist echt so wie, einfach so, dass man so kontrolliert, bin ich normal oder bin ich verrückt? Und wenn alle anderen verrückt sind, ist es ja sehr arrogant zu sagen, ich bin der einzig normale Mensch. Aber wenn ein anderer auch noch normal ist, so wie man sich selber fühlt, dann besteht halt die Möglichkeit, dass man nicht verrückt ist. Ja, irgendwo in den USA habe ich mal den Spruch gesehen, als wir im Urlaub waren, you only need one person in life, who's on your level of crazy. Und das war so genau das. Also man braucht eigentlich nur einen Partner in Crime und dann ist man nicht verrückt. Sonst ist man ja so im All irgendwie, wie der kleine Prinz so auf einem kleinen Planeten und funkt so und hofft, dass irgendjemand mal vorbeikommt. Aber man braucht wirklich nur eigentlich eine Person und dann ist es Normalität, eine kleine gemeinsame Mini-Normalität, die man schafft. Und umgibt euch da nicht die ganze Zeit auch eine totale Angst? Also so auch, das ist ja so, wenn man so weiß, okay, dieses Puzzlestück passt jetzt. Und das ist ja, also ich will jetzt, das ist ja so, aber gerade wenn das so, wenn das so für euch so ein, so ein, das ist das Stück, das ist ja auch so kostbar, dass es ja auch ganz schnell auch zu kostbar sein kann. Also kennt man ja so mit, keine Ahnung, neuen Gegenständen, die man hat. Und man hat so, die sind so total, haben ganz viel gekostet und sind auch so, dadurch ja auch so brüchig und man hat so einen Wert. Ja, das war ja die große Gefahr am Anfang. Deshalb haben wir ganz lange nicht zusammen gearbeitet und uns da ganz langsam herangetastet. Also ich glaube, wir waren Fünf Jahre, vier, viereinhalb Jahre oder so? Ich hätte es gesagt drei, aber vielleicht war es auch länger. Also wir waren sehr lange zusammen, bevor wir dann zusammen gearbeitet haben und als wir das erste Projekt gemeinsam hatten, haben wir das auch komplett geheim gemacht. Also immer nur nachts und wir wollten, dass niemand das weiß, weil wir dachten, wenn das in die Hose geht, bleibt es einfach zwischen uns und das ist egal. Verstehe ich, ja. Und da haben wir dann aber auch gemerkt, also das hat Thomas dann glaube ich sogar zu mir gesagt, dass du mir gesagt hast, krass, es war so schön mit dir zu arbeiten, ich könnte das sogar auch, wenn wir uns trennen. Und ich meine, also natürlich ist es viel komplizierter als einfach nur das und ich glaube, es ist dann eh, wenn man dann in einer neuen Beziehung wäre, dann wäre das auch sehr schwer, dem anderen Partner, dem neuen Partner klarzumachen, nee, das ist jetzt nur noch mein Arbeitskollege und alle kennen uns zwar als Paar, aber wir sind nicht mehr zusammen. Also das ist so ein bisschen wie Aber, es ist dann einfach zu freaky, aber ja, also das hat uns eigentlich dann extrem beruhigt, aber klar hat man irgendwie Angst, dass es kaputt geht. Wir haben vor einem halben Jahr ein neues Auto gemietet, also wir haben jetzt immer, wir machen so Langzeitmieten, damit wir uns nicht auf ein Auto festlegen müssen, keine Ahnung, es ist so ein... Gut, das werde ich mir mutieren. Und Thomas hat nach... Grüß an meine Frau schon mal, das könnte doch eine Lösung sein. Thomas hat nach zwei Stunden schon das Auto kaputt gefahren. Und ich finde, so muss man das machen. Wenn einem was so richtig am Herzen liegt, muss man gerade am ersten Tag eine Delle reinmachen, um zu merken, es ist gar nicht so schlimm. Und so, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir eine Delle in unsere Beziehung reingemacht haben, aber wir hatten schon auch einfach ein ziemlich wildes Leben rund um die Beziehung herum. Was war denn so eine Delle? Das muss ich natürlich direkt... Ja, zum Beispiel einfach, dass wir eine Fernbeziehung hatten. Also das finde ich ist schon, ist einfach nochmal so, ist nicht eine Delle, aber das zeigt schon, hey, die Beziehung ist zwar mega wichtig, aber sie ist jetzt auch nicht so wichtig, dass ich alles stehen und liegen lasse und einfach die ganze Zeit mit dir rumhänge. Oder? Ja. Du wolltest noch was anderes sagen. Nee, also auf jeden Fall. Und ich meine, was jetzt ja auch noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt ja nicht nur ein Puzzlestück haben, sondern noch ein kleines Puzzlestück zusätzlich. also, ja, von daher ist ja die Wahrscheinlichkeit mit jedem, mit jedem weiteren Kind ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, größer, dass es, kleiner, dass es, dass es, dass es, ja, dass man irgendwann wieder komplett alleine ist, vielleicht, aber am Anfang, also, ähm, im Nachhinein wirkt immer alles total kontrolliert und, und, und normal und als hätte es genauso laufen müssen, aber als wir uns kennengelernt haben, das war so drunter und drüber, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, es war wirklich Chaos, also komplettes Chaos, so jeden zweiten Tag irgendwie unter irgendeinem Tisch aufwachen und, äh. Oh, ich muss jetzt los, weil ich muss in neun Stunden dort sein und ich habe zehn Stunden Weg vor mir. es war, jeden Tag war so. Also, als wir als Potoslammer unterwegs waren, äh, da war ja der Preis zum Beispiel immer eine Flasche Whisky und wir haben beide sehr viel gewonnen und hatten nie Bock, diese Flasche Whisky rumzuschleppen und, äh, da ist sehr, sehr viel passiert. Also, wart ihr so süffis? Also, als wir uns kennengelernt haben, waren wir schon eigentlich immer besoffen. Ja. Das, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Ne, also mittlerweile, ich trinke natürlich sowieso gar nichts, wenn ich stille, auch in der Schwangerschaft nicht, aber eigentlich sind wir gar nicht mehr so richtig auf Alkohol. Ja, oder ich meine, als ich Hazel kennengelernt habe, da bin ich gerade einen Monat vorher mit meiner Freundin zusammengezogen und, äh, dann habe ich Hazel kennengelernt und das war irgendwie so, mit der Freundin muss man auch sagen, das war, das war immer schwierig. Es war irgendwie so ein bisschen vorbei auch schon. Ja, es war, es war nicht vorbei, es ist, es ist eigentlich nie wirklich losgegangen und wir sind auch nicht zusammengezogen, sondern in eine WG zusammen oder sie ist in meine WG dazugezogen und es war so, ich habe dann mit ihr eine Waschmaschine gekauft und ich weiß noch, wie ich dann zu einem anderen Kumpel gesagt habe, habe, oh, das ist so alles so kompliziert, ich muss hier diese Waschmaschine kaufen und dann gibt es aber noch diese andere Frau und ich chatte mit der die ganze Zeit und so und das war, es war wirklich einfach unendlich. Ja, und der eine Kumpel hat doch sogar so gesagt, du sollst es auf keinen Fall, also nee, jetzt kaufst du die Waschmaschine und bleibst mit der zusammen. Das war, das war richtig geil. Ich habe mich mit einem Kumpel getroffen, der eine Tochter hatte zu dem Zeitpunkt und eine Ehefrau und der hat gesagt, oh, was willst du dich denn jetzt trennen, ihr seid doch gerade zusammengezogen und was ist denn mit dieser, er hat immer gesagt Hazel Burger, diese Hazel Burger in der Schweiz und so, das ist doch jetzt nur so ein Gehirnfurz. Die Hazel Burger ist aber auch wirklich so, wow. lasst es doch mal und so und ich habe gesagt, nee, ich fühle bei der was, was ich noch nie vorher gefühlt habe und die Beziehung jetzt, die gibt mir das einfach nichts und ich muss es abbrechen, auch wenn es auf dem Papier das dümmste ist, was man machen kann und zwei Wochen später habe ich mich wieder mit ihm getroffen und er hat gesagt, ich habe mich von meiner Frau getrennt, du hast mich inspiriert. Seid ihr noch befreundet und magst du ihn auch? Ja, also, seit ich dieses Hazel Burger weiß, ist es etwas unterkühler. Doch, wir sind befreundet. Aber so dieses, also er hat sich mit, er hat eine zehnjährige Ehe oder so beendet, weil ich ihm von unserer Beziehung erzählt habe, die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal da war. Ja, es war nicht mal eine Beziehung. Vorbild. Ja, aber was für eine Macht auch, was für eine Verantwortung, wenn es in die Richtung geht, also, du hast mich inspiriert, deshalb habe ich mich von der Frau und Mutter meiner Tochter getrennt. Das steckt eh in einen. Genau, also ich wollte gerade sagen, das ist einfach, das ist so wie wenn eine Seifenblase an einem Blatt sich streift und dann platzt, also irgendwann wäre sie eh geplatzt. Ja, auf jeden Fall. Das Blatt ist nicht schuld. Ja, woran musstet ihr euch aneinander gewöhnen? Also, ich glaube, ich musste mich schon daran gewöhnen, dass Thomas so wahnsinnig ehrlich ist, auch manchmal so fast ehrlich, nur um ehrlich zu sein. Also, wirklich so, das Gegenteil von Samthandschuhe. Also, Thomas hat so Stacheldrahthandschuhe, mit denen er mich manchmal anfasst. Also, so nach meinem ersten Solo-Auftritt zum Beispiel war das dann einfach, da hat er mir dann irgendwie so zwei Stunden lang erzählt, warum das nicht gut war und ich dachte mir so, hä, es ist so gerade gar nicht die Zone, in der ich bin. Also, das brauche ich jetzt wirklich gar nicht. Ja, es tut mir auch echt leid, dass ich das gemacht habe. Das war taktlos. Ja, es ist taktlos, aber es ist irgendwie, trotzdem ist es eine sehr intime Art des Austauschs, jemandem halt wirklich so die Meinung an den Kopf zu schmeißen, weil es heißt ja, dass er eine Meinung von mir hat und sich auch mit den Dingen befasst, die ich mache. aber es ist halt sehr anstrengend manchmal, dieser extrem direkte Austausch. Und ich würde auch sagen, Thomas hat so eine Angewohnheit, die habe ich mich immer noch nicht ganz gewöhnt, dass je schlechter es mir geht, habe ich manchmal das Gefühl, desto härter nimmst du mich ins Gericht, würde ich sagen. Und das ist halt auch natürlich mega anstrengend, aber es ist auch sehr belohnend, wenn man dann einfach merkt, ja, jetzt geht es mir gerade schlecht und eigentlich könnte ich jetzt auch einfach einen Monat lang mich hinlegen und sagen, boah, ich bin überarbeitet und müde, bring mir mal einen Kakao oder so. Aber das will ich eigentlich gar nicht. Also oftmals sind es die Dinge, die mich an Thomas ärgern, wo ich merke, eigentlich will ich das nämlich genauso wie er es macht und es stört mich, dass ich das nicht selber einfordern kann, sondern dass er es mir quasi gegen meinen vermeintlichen Willen aufzwingt. Also ich muss auch nach außen hin, bin ich oft der Bad Cop und das ist halt auch, das ist vielleicht so die Kehrseite davon. Also natürlich sage ich dann zu Hazel manchmal, warum legst du dich jetzt nicht schlafen, obwohl du Augenringe hast bis zum Boden und ich sehe doch, dass du müde bist und so und gönn dir doch mal was. Aber auf der anderen Seite war es auch zum Teil schon so, dass von außen Leute gekommen sind und Hazel irgendwie voll gelabert haben mit irgendwas und ich dann derjenige war, der dann halt sagen musste in der Situation, hey, ich habe zu ein paar Leuten schon wirklich gesagt, geh bitte einfach weg. Geh bitte weg. Das passt gerade einfach nicht. Wir wollen hier chillen oder arbeiten oder so und du kommst jetzt an mit irgendeinem Heute-Show-Beitrag von vor fünf Jahren, den du gesehen hast, wo du jetzt eine Idee zu hast und die trägst du jetzt an Hazel ran und so und es ist gerade einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort dafür. Aber du hast auch wirklich die Ausstrahlung, dass man dann geht. Ja. Man sagt dann, ja, nee, 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 nee. Also war ja heute, ach, heute Show. Ja, alle denken ja auch, Thomas ist irgendwie 1,90, aber er ist nur 1,81. Er ist ein mentaler Riese. Ja, ich merke das immer, wenn mir Leute in der Fußgängerzone Flyer in die Hand drücken wollen, dann brauche ich immer nur zu schauen und die gehen weg. Die wissen schon. Die zerreißen so den Flyer und essen ihn so beschämt auf. Was würdest du denn sagen, woran musst du dich bei mir gewöhnen? Ja, ich habe einfach jetzt in den, werde ich jetzt von zwei Leuten. Ja, ja. So. Es ist so ein Hotel. Ja, es ist wirklich, es ist so eine richtige Therapiestunde, aber es ist ganz cool. Ich erfahre ja auch neue Dinge. Wenn du sozusagen die Handschuhe bist, die jetzt nicht samtig daherkommen und sich Hazel daran gewöhnen musste, was ist denn das entsprechende Kleidungsstück andersrum? Also Hazel hat zum Beispiel ein riesiges Ego. Also ein unendlich großes Ego. Das größte Ego, das ich kenne. Vielleicht, keine Ahnung, Felix Lobrecht hat vielleicht noch ein ähnlich großes Ego von den Leuten, die ich so kenne. Aber das vergessen Leute ganz oft. Also die denken immer, Hazel stolpert so durch die Gegend und dann schlupsdiwups ist am Schluss ein cooler Clip da oder ein cooler Podcast oder so. Aber Hazel ist schon eine sehr, sehr, sehr starke Person. Was, also das klingt immer negativ, aber es ist überhaupt nicht negativ gemeint, weil sie natürlich auch eine unglaubliche Kraft hat dadurch. Was ist Ego für dich? Boah, das ist sehr, ich meine, jeder Mensch hat ja ein Ego. Es ist nicht so, dass der eine ein Ego hat und der andere nicht oder so. Dass man immer, ich würde sagen, beim Sport wäre es, wenn ein Spiel knapp ist, dass man so diese Kleinigkeiten, die dann noch den Unterschied machen. Also es gibt ja diesen Spruch, in großen Spielen entscheiden Kleinigkeiten. Und wenn man zum Beispiel Thomas Müller beobachtet in großen Spielen, ich meine, gut, in dem letzten Spiel, da war die Kleinigkeit halt schlecht in dem Fall. Der kleine Abstand vom Tor, wo er es dann nicht gemacht hat. Also ganz konkret, wenn Hazel mit ihren Brüdern spielt, liegen sie sich immer danach in den Haaren. Das Szenario, dass einfach einer gewinnt und man dann sagt, okay, du hast gewonnen, das gibt es quasi nicht. Es ist dann immer am Schluss, du bist scheiße, nein, du bist scheiße und so weiter und so fort. Also es ist schon so ein, einfach so ein unbedingter Wille, da Ehrgeiz, Anspruch, wie du es nennst, immer den Unterschied zu machen. Und das ist mega, mega, mega viel wert. Darauf ist unsere gesamte Firma und alles aufgebaut, weil halt Hazel diese Strahlkraft hat und auch diesen Ruf, dass sie halt immer das Spiel nach Hause bringt, wenn man so will. Aber das halt eben tagtäglich zu beobachten und damit umzugehen, ist nicht immer einfach. Also es geht ja jetzt hier um Dinge, die halt anspruchsvoll sind, auszuhalten am Partner, oder? Ja, ich glaube auch, also so kann man es vielleicht noch als Beispiel verpacken, dass es sehr förderlich ist für Thomas und meine Beziehung, dass wir zusammenarbeiten, weil wenn wir in derselben Branche koexistieren würden, wären wir halt aus meiner Sicht ganz klar Konkurrenten. Und deswegen ist es mega wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Und auch wenn wir noch unsere einzelnen Projekte haben, die ich auch für wichtig halte, also auch für unsere eigenen Köpfe und Leben und auch für die Beziehung, ist es wichtig, dass wir immer irgendwas haben, wo wir zusammen dran arbeiten, damit wir einfach gemeinsam, damit ich Thomas dann mitnehmen kann, quasi hinter diesem Schild, wo wir sagen, hey, ich ramme jetzt mit diesem Schild alle anderen weg, die uns im Weg stehen. Weil wenn du nicht mit mir hinter diesem Schild stehst, dann stehst du vor dem Schild und dann ramme ich dich weg. Und ich werde nicht ruhen, bis ich einfach an dem Punkt bin, wo ich sein will. Und du kannst mit mir mitkommen oder du stehst im Weg. Und das, also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber so würde ich sagen, ist es. Ja, genau das habe ich gewaltt. Aria Stark, also. Ja, wirklich. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber welche ist das? Die mit den Augenbrauen? Die Kleine. Die Kleine, die einfach nach und nach alle mit dem Messer pfuff. Ja, aber das ist doch, ist die cool oder ist die scheiße? Die ist super cool. Ah ja, dann will ich das. Die ist die Beste eigentlich. Die ist cool, aber es ist auf jeden Fall don't mess with her. Du willst auf jeden Fall, dass die in deinem Team ist. Und auf keinen Fall, die sollen nie in der anderen Mannschaft sein. Ja, die Leute lachen immer über meinen Instagram-Namen Hazel's gonna haze, aber das stimmt schon. Hazel is gonna haze. Jetzt verstehe ich den. Ja, und das Coole ist halt, dass wir jetzt halt so einen Kosmos aufgebaut haben, für den wir auch stark sein können und für den Hazel auch stark sein können. Und dann muss sie nicht selber unter, weil das ist ja dann auch teilweise so, da feuert das dann wieder zurück, dass Hazel dann diese riesige Persona aufbaut und dann aber auch unter der Persona zum Teil wieder leidet. Und wenn man diese Persona aber auf mehrere Köpfe verteilt, dann wird es auch für sie, glaube ich, langfristig einfacher, das wieder auszuhalten. Also, das ist ja auch für Hazel manchmal, wenn Sachen an sie herangetragen werden, weil Leute halt eben stark auf sie reagieren. Das ist manchmal unerträglich, wenn Leute Hazel sehen und anfangen zu weinen. Wirklich? Das ist schon ein paar Mal passiert, das ist total verrückt. Oder ihre Kinder nach ihr benennen. Weil sie sich so gefreut haben, ich weiß nicht. Das ist mega übertrieben. Also, für mich eine komplett übertriebene Reaktion. Weil sie so ergriffen waren, endlich Arya Stark zu sehen. Das ist ja eigentlich das Ego, da sagt er das Ego, heute ist ein guter Tag. Ja, aber so im Alltag, glaube ich, findest du das dann eher beängstigend? Ja, also so, wenn es wirklich so, ich teile mein Leben halt auch ganz klar in jetzt ist Showtime und jetzt nicht. Also, das heißt nicht, dass ich nicht zu Hause auch irgendwie entertaine und gerne gefalle oder so, aber es, also ich würde mich zum Beispiel nie auffällig kleiden in meiner Freizeit. Also, ich mag das eigentlich nicht, angeschaut zu werden. Und das ist zum Beispiel was mega Positives bei Hazel. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, dass Hazel... Soll ich den Raum verlassen oder kannst du es auch für mir sagen? es ist was Positives, wie gesagt, dass Hazel vor allem nach oben tritt und nicht nach unten. Also, Hazel greift dann eher mal vielleicht Jan Böhmermann an oder keine Ahnung, Felix Lobrecht oder was weiß ich, also mit Konkurrenten, ja, oder andere Leute, andere große Namen in diesem Business. Aber so im Alltag will eigentlich Hazel eher verschwinden und das ist halt natürlich auch was total Mutiges, also wirklich, ja, wie eine Kriegerin. Das ist ja herrlich, also was für ein Hotel, ist das ein Spa-Hotel oder was ist das? Ja, es ist ein Spa-Hotel. Naja, so, wir kommen jetzt nochmal zu den anderen Fragen. Nein. Nee, deswegen ist es ja auch so spannend, wenn Hazel in so One-on-Ones auf große Namen trifft, wie Richard David Precht oder eben Felix in dem Fitnessstudio oder sowas, weil es immer so zwei Raubtiere umkreisen sich hat und man auch immer merkt, die anderen nehmen sie sehr ernst und wissen, Hazel kann in fünf Sekunden sie dumm aussehen lassen, wenn sie will und das ist eine große Qualität natürlich. Ich wollte tatsächlich auch gerne über den neuen kleinen Elefanten sprechen im Raum, wo es jetzt gibt, wollte aber noch das Thema Konkurrenz, weil ihr das irgendwie so angesprochen habt gerade, weil ihr wirkt überhaupt nicht so. Also ihr wirkt gar nicht im Sinne, das ist ein neuer Blick, den ich auch als Fan gar nicht kenne, dass ihr auch eine andere Mannschaft seht oder eine andere... Es ist auch weniger... Also Retro-Gott hat, glaube ich, mal die schöne Zeile geschrieben, mir ist egal, wer der König von Deutschland ist, solange kein Platz für euch Idioten auf Neuland ist und das ist so das. Also wir denken gar nicht so im Sinne von, wir müssen jetzt größer werden als der Kanal oder als der Podcast oder so, sondern eher so, was gibt es noch nicht? Was wäre cool, wenn das Leute machen würden? Und dann versuchen wir das durchzusetzen und wenn wir dann merken, es gibt andere Sachen, die so ähnlich sind, dann wollen wir natürlich besser sein als das. Ja, also die Konkurrenz ist halt nicht eine Person oder zwei Personen, die gemeinsam irgendwas machen, sondern es sind so Systeme und so Konzepte. Es ist so mega diffus, sodass es auch gar nicht... Es gibt dann auch nicht wirklich ein Opfer oder so bei der Geschichte. Also eher, wir wetzen uns halt an was ab, aber ich denke ja dann, ich denke ja auch nicht ernsthaft so, boah, ProSieben ist ja ein riesiger Sender, wieso ist unser Channel nicht so groß wie ProSieben? Sondern es ist dann eher so, okay, wie schafft es ProSieben so mega mit geilem Licht so eine Sendung zu machen und so krasse Leute zu haben und wieso schaffen wir das nicht? Und dann versuchen wir das halt zu schaffen. Und ja, also das ist eigentlich auch dieses Nach-Oben-Treten, würde ich sagen. Ja, da jetzt ganz konkret, als wir einen Podcast gemacht haben, wussten wir, dass wir nicht größer sein können als Gemischtes Hack oder Fest und Flauschig oder Baywatch Berlin, aber wir hatten schon den Anspruch, der größte oder beste Pärchen-Podcast zu sein, den es gibt. Und glücklicherweise hat dann Pardiologie einfach von alleine aufgegeben. Und dann haben wir gesagt, Dankeschön. Ja, ich will. So hat sich dieses Pärchen wiedergeben. Also, aber ja, keine Ahnung. Okay, also dann ist es... Aber es ist gar nicht so gegen andere Leute, sondern wirklich eher so, wie Entdecker eigentlich eher. Also man braucht ja schon einen gewissen Willen, um nach Amerika zu schippern, aber es ist nicht so, ich will da jetzt Leuten was wegnehmen. Ja, aber es ist also ein bisschen, um jetzt auch noch uns nicht in ein ganz gutes Licht zu rücken oder einfach in ein realistisches Licht uns halt zu rücken. Also es ist schon so, wir wissen sehr, sehr viel über Comedy und wir wissen auch, wir wissen einfach so zehn Sachen, die wissen nicht viele Leute. Einfach so ganz klare Regeln, wie man es macht und ich sage die nicht allen. Also ich sage die halt nur Leuten, die wirklich in meinem Circle sind. Und das ist ja auch eine Art von Konkurrenzkampf, wenn man einfach so sich andere Comedians anschaut und weiß, ich könnte dir fünf Tipps geben, die dich viel besser machen würden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du offen bist für das Feedback und ich mag auch nicht, was du machst so gerne, dass ich es gerne noch besser sehen will. Aber du würdest es bei Menschen machen, die du schätzt? Ja, wenn ich merke, da ist so ein Spark und da ist so, also... Ja, und auch ein Interesse von der anderen Person. Ein Interesse und wenn ich halt weiß, boah, mir gefällt es halt schon nicht, wenn du es vor 100 Leuten machst, so ich will es halt auf keinen Fall vor 10.000 Leuten sehen, dann gebe ich den Tipp natürlich nicht. Aber wenn ich denke, boah, das ist so ein ungeschliffener Diamant, wenn den doch nur jemand schleifen könnte und ich weiß genau, wie man den nicht fertig schleifen, aber so ein bisschen in eine Form bringen könnte, dann mache ich das. Und das machen wir ja auch mit ein paar Leuten. Ja, und das ist übrigens was, was ich von Hazel gelernt habe. Also als wir uns kennengelernt haben, war ich so drauf, dass ich immer rumgerannt bin und allen anderen erzählt habe, was ich von ihnen denke und was sie meiner Meinung nach besser machen könnten. Was dann zur Folge hatte oft, dass die Leute besser geworden sind und mich nicht gemocht haben. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist ja eine Lose-Lose-Situation. Die Konkurrenz wird... Also ich glaube, ich habe es dir wirklich einfach so gesagt, hör einfach auf, das zu machen, weil die Leute mögen dich nicht und sie werden besser. Ja, die Konkurrenz wird besser und mag mich nicht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kann ich einfach, ich kann einfach gewisse Dinge für mich behalten, dann mögen mich die Leute, wenn sie mich fragen, wie war mein Auftritt, sage ich, top. Na, wie war ich so? Genau so. Nee, klar, wenn es Freunde sind und es ein ehrliches Interesse ist und so, dann kann ich schon Feedback geben. Aber ich behalte schon sehr viel auch für mich und eben versuche halt, dass es intern passt und gehe da auch schonungslos mit den Leuten um. Mit mir selber natürlich am meisten. Da wir jetzt hier in diesem ganz kleinen Kreis sind und ich meine Comedy-Karriere jetzt ja auch so langsam starten möchte. Was wäre ein Tipp? Also was wäre so eins von diesen zehn? Ein Tipp ist halt immer bei allem, was du auf der Bühne sagst, wissen, welche Emotionen, mit welcher Emotion fängst du an und mit welcher Emotion hörst du auf. Also in welcher Emotion befindet sich das Setup und in welcher Emotion befindet sich die Pointe. Und das hilft halt sowohl der Performance, weil du dann irgendwie sagen kannst, ich bin so schockiert, weil das und das passiert ist und die Pointe ist dann aber, ich bin total erleichtert. Und dann weißt du halt auch ganz genau, wie du es schreiben musst, weil du dann einfach innerhalb dieser emotionalen Welt bleibst und auch wie du es performen musst. Und du musst halt dann einfach, manchmal ist es wirklich egal, was du sagst, eigentlich fast immer ist es egal. Du musst einfach dir komplett im Klaren sein, welche Emotionen wird es gerade übertragen aufs Publikum. Okay, dann haben wir das Konkurrenzthema. doch, würde ich sagen, also ich würde am Ende nochmal zu diesem Eure Utopie kommen mit viel Spaß, aber dann sprechen wir doch mal über den Elefanten. Die Elefantin. Elefantin. Das kleine Röselschwein. Ich erinnere mich und das habe ich, ich habe das ja irgendwie so Mitte März dann glaube ich so öffentlich gemacht, dass es jetzt das Elefantchen jetzt da ist. Bei mir war es so, als wir nach Hause gekommen sind vom Krankenhaus mit unserem Sohn, wir sind in die Wohnung rein und die Wohnung war anders. Und in dem Moment war mir klar, es wird nie wieder so sein wie vorher und es ist mir noch nie vorher passiert. Also dieses so, okay, das war alles davor, jetzt ist alles danach und es gibt keinen Weg mehr zurück. Und es war bei mir in der Wohnung da reinkommen, dieser Moment. Habt ihr diesen Moment auch gehabt? Also kennt ihr dieses Gefühl, okay, das hat, also damit, ja, das ist lustig, da habe ich auch noch gar nicht mit jemandem drüber geredet, aber das war auch, als wir in die Wohnung gekommen sind, ich habe mich ins Bett gelegt und Thomas hat der Kleinen die Wohnung gezeigt und gesagt, schau mal, das ist jetzt deine Wohnung, hier wohnst du jetzt, das ist der Flur, das ist die Küche und ich dachte so, fuck, stimmt, die wohnt jetzt hier. Also es war, es war gar nicht so, jetzt ist das Leben anders, sondern es war einfach so, dieser Druck irgendwie, es war nämlich wirklich nicht positiv das Gefühl am Anfang, sondern es war einfach nur ein Druck, alles, was sie sieht, sieht sie zum ersten Mal und ich oder Thomas oder wir beide sind dafür verantwortlich, wie sie das wahrnimmt. Also was ein Flur ist, definieren wir, was eine Küche ist, definieren wir und einfach so diese krasse Verantwortung, das hatte ich im Krankenhaus noch nicht und zu Hause hatte ich das dann auch. Ist auch so verrückt, dass man im Krankenhaus ist man ja noch so umsorgt und wird so betreut und dann irgendwann gibt einem einfach jemand das Baby und sagt, so jetzt viel Spaß damit. Und dann sagst du, was mache ich, wenn die Windel voll ist? Ja, dann wechseln sie sie und woher weiß ich, dass die Windel voll ist? Das werden sie schon merken. Wie denn? Sie werden es merken. Dann denkst du, was? Habt ihr euch doch vorbereitet? Also ich habe dir keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und so. Also ich habe Bücher gelesen, gefressen wie eine Wahnsinnige. Und Thomas hat sich gar nicht vorbereitet. Das war auch so ein klassischer Dad-Move, dass so ein Kind irgendwie drei Wochen alt war und dann hat er so ein Buch gelesen und dann so gesagt, man könnte ja auch das und das machen. Ja, ja. Mein Hosenstall war offen, sorry Leute. Deswegen hast du so gut geatmet. Also das heißt, ihr habt, also du hast dich eingelesen, du hast es oft nicht darauf zukommen lassen. Wie hat dann die Realität mit dem, was du dir vorher darüber gedacht hast und wie ging das zusammen? Also wo es ja wirklich gar nicht zusammen geht, ist bei diesem ganzen Thema Schlafen. Also ich finde auch, eigentlich kannst du jeden Ratgeber wegschmeißen, weil, also nicht jeden Ratgeber wegschmeißen, aber eigentlich müsste in jedem Ratgeber auf der ersten Seite einfach stehen, weißt du was, wenn es für die Mama passt, kann es so schlimm nicht sein. Weil dieses Ganze, man müsste ja eigentlich das und das und das und das, das erzeugt so einen komischen Druck. Also das Kind sollte auf gar keinen Fall in eurem Zimmer schlafen oder es muss auf jeden Fall in eurem Zimmer schlafen. Mach was du willst, wahrscheinlich stirbt das Kind nicht. Wenn es stirbt, bist du wahrscheinlich nicht zu 100% daran schuld. Und wenn es mich, wenn ich besser schlafe und das Kind besser schläft, wenn sie direkt neben mir liegt, dann ist das so. Bei uns ist es halt so, ich schlafe halt viel besser, wenn das Kind in einem anderen Zimmer schläft, weil ich einfach, es ist einfach zu laut. Also ich denke dann immer, das ist nicht normal, wie sie atmet. Jetzt atmet sie zu laut, jetzt atmet sie zu leise. Und lauter so Sachen, das weißt du halt einfach nicht, wie du da drauf reagieren wirst. Und das ist einfach, du musst einfach, und das versuche ich, also es klingt jetzt so, als wäre ich schon fertig mit dem Prozess. Das ist überhaupt nicht so. Ich versuche das sehr, eigentlich jeden Tag versuche ich aufs Neue so in mich reinzuhören, was will denn ich eigentlich? Weil du liest eh diese Ratgeber mit so einer Brille, wo du dann denkst, ja gut, also wenn die das so sagt, dann mache ich es ja auf jeden Fall nicht so. Oder wenn der das sagt, dann mache ich es. Also du hast so deine Fanleute, deine Idole und dann machst du es genauso und du bist dann Team, Team Kind schläft alleine oder Team Kind lebt im Tragetuch bis es sechs ist oder so. Und du kannst nicht ändern, was für ein Team du bist. Ich fand es einfach so gegensätzlich, was ich gelesen habe. Also ich habe ja auch immer mal wieder oder Hazel hat mir Sachen erzählt oder so, dass ich von relativ früh beschlossen habe, irgendwie bringt es das nicht. Ja zum Teil innerhalb von einem Ratgeber. Das Baby ist Besucher in deinem Leben. Richte dich nicht nach dem Baby, denn es muss sich nach dir richten und du weißt ja, wie es ist, ein Leben zu führen. Das Baby kannst du ja noch gar nicht wissen. Und das Nächste ist so, wenn das Baby schreit, renn sofort hin, lass alles stehen und liegen und du denkst dir so, ja was jetzt? Es ist ein extrem anspruchsvoller Besucher in deinem Leben. Und ich mag da gar keine Gäste. Ja, genau. Ich hatte das am Anfang, bei uns ist ja nochmal was anderes, weil wir einen Sohn haben und diese Feststellung, und das ist mir am Anfang gar nicht so richtig bewusst gewesen, wir haben eine Familientherapeutin, dass da plötzlich ein anderer Mann mit im Bett liegt. Und plötzlich ist da so ein bisschen, und ich wusste am Anfang gar nicht, wieso finde ich das, wieso gibt es Momente, wo ich das irgendwie merkwürdig finde? Und dann sagte die, ja, das ist als wäre wirklich, die sagte, stell dir mal vor, du kommst nach Hause und da ist plötzlich Dieter und deine Frau sagt, ja, mein Neuer, der lebt jetzt hier mit uns. Und dann habe ich dieses Gefühl verstanden, es gab so ein, es ist Eifersucht, es ist nicht so, wie man das kennt, aber irgendwie so, ja, ich habe jetzt nicht mehr, ich bin nicht mehr der Einzige, der neben ihr liegt. Es ist eigentlich auch immer, ehrlich gesagt, immer jemand jetzt zwischen uns, ganz oft sogar. Kennt ihr dieses Gefühl schon? Also ist dir das schon? Ja, also das ist tatsächlich, in der Phase sind wir gerade, dass wir, und diese Phase ist auch noch längst nicht abgeschlossen, also das wäre, glaube ich, auch vermessen zu sagen, dass es so ist, dass wir irgendwie merken, wir müssen uns als Paar wiederfinden und auch so diese Liebe als Paar, glaube ich, wiederfinden und sogar und dafür einstehen, also zu sagen, ich hole mir nicht nur einen Babysitter, wenn ich arbeiten muss, sondern vielleicht auch mal einen Babysitter, wenn ich mit meiner Frau ins Kino gehen will. Also nicht, also so dieses, lohnt sich das, das Baby mal abzugeben, das haben wir für die Arbeit schon ganz klar entschieden, weil es anders nicht geht. Hazel kann das Baby nicht mit auf die Bühne nehmen und so weiter, aber für uns als Paar, da so weit sind wir irgendwie noch nicht. Ich meine, das Baby ist jetzt vier Monate alt oder so, es dauert vielleicht auch einfach noch ein bisschen, aber das merken wir gerade schon, so, boah, wir sind jetzt, wir haben ein Business zusammen, sind auch noch beide selber irgendwie aktiv, haben dann noch eine Familie und dann noch so an, keine Ahnung, fünfter Stelle oder wo auch immer, kommt dann irgendwie noch unsere Beziehung und dass man sich schon irgendwann so fragt, wo ist das eigentlich? Ja, und das ist halt auch so krass, weil ja, das Baby würde ja ohne die Beziehung nicht existieren, das Business würde nicht existieren, nichts würde aufgrund, würde ohne das, was an fünfter Stelle steht, existieren und so kann es ja eigentlich nicht sein. Aber ich finde, eigentlich bin ich ziemlich positiv überrascht, wie wenig es sich negativ auf unsere Beziehung auswirkt. Hat sich eure, also wir haben ja so vorher ein bisschen hin und her geschrieben und ein Thema, worüber könnte man denn so quatschen? Und du hattest geschrieben, Hesel, dass das Thema Empathie für dich irgendwie oder für euch gerade ein Thema ist und also Empathie einen neuen Menschen sozusagen einen Platz zu geben und sich selber auch Platz zu finden. Wie hat sich eure Empathie verändert? Also ist das, also nicht mehr nur auf euch zu sein, also auch eure Beziehung natürlich sehr konzentriert auf dich, sozusagen das Ego oder nochmal ein bisschen mehr, wenn es so ums Geschäft geht, so ein bisschen. Hat sich da durch das Kind, hat sich das irgendwie verdreht? Nee, also eher, Thomas hat so eine Nummer, die er auf der Bühne ein paar Mal gemacht hat, die wirklich zu 100 Prozent war, ist einfach, dass man, man denkt immer, sorry, wenn ich jetzt da deine Nummer zitiert habe, aber dann siehst du mal, wie das aussieht. Man denkt immer, man wird Kinder lieber, wenn man Kinder hat, aber das Gegenteil ist der Fall. Man liebt halt sein Kind, aber für die anderen Kinder ist dann nichts mehr übrig. So ist es ein bisschen. Also man schaut sich dann andere Babys an, also wenn ich mir dann halt ein Baby anschaue, was vier Wochen jünger ist als meins, denke ich mir so, wie nervig, wie nervig sind Babys und es ist halt nicht mal so süß wie mein eigenes Baby. Also wie kann man so einen Aufwand leisten für so ein Baby, was nicht mal so süß ist wie meins. Also das Empathische hat sich sozusagen nicht nach außen verstärkt, sondern eigentlich eher nur nach innen und zu außen ist es sogar eher weniger geworden. Ja, also man merkt halt wirklich so, Louis C.K. redet auch auf der Bühne so drüber, your circle of concern titans. Also das ist einfach, es gibt weniger Dinge, die dir wichtig sind und ich merke auch zum Beispiel Stoffwindeln. Ich war, ich habe Stoffwindeln zu Hause, ich habe es auch ein paar Mal ausprobiert, aber dann hatte meine Tochter einen wunden Po und ich dachte mir einfach so, nee, also dann gibt es halt Plastikmüll, wenn die besser sind für den Po, weil die mehr aufsaugen, wenn ich die Wahl habe, meine Tochter hat einen roten Po oder ich habe weniger Müll, natürlich gewinnt der Po meiner Tochter. Ist gar keine Frage. Das Baby ist der Boss. Das Baby ist der Boss, ja. Also das heißt, euer Kind ist jetzt so euer gemeinsames Ego. Ja, genau. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, das Kind ist vor meinem Ego. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, also auch verblüffend, dass man dann irgendwie einfach so auch vergisst zu essen, weil das Kind muss ja essen und so. Also es ist wirklich... Ja, es war ganz furchtbar. Also das Kind war ja nach vier Wochen, gerade als wir wieder anfangen wollten zu arbeiten, musste es überraschend ins Krankenhaus und wäre auch fast gestorben tatsächlich. Und ich musste Corona-bedingt zu Hause bleiben. Für, am Anfang, als es ins Krankenhaus kam, hieß es sogar zehn Tage. Also ich darf das Kind zehn Tage nicht sehen und es schwebt in Lebensgefahr. Es waren die schlimmsten Tage meines Lebens. Also es war, ich bin, immer wenn ich zu Hause war, habe ich geweint quasi. Also stundenlang, tagelang. Und das ist natürlich die Kehrseite von dem Ganzen. Also wenn es deinem Kind schlecht geht, geht es auch dir schlecht. Ja. Das ist mit dem Kostbaren, was ich meinte. Ja, genau. Plötzlich war es so eine tolle Glaskugel, die Oma hat sie gerade gekauft und Puff. Ja, aber irgendwie hat uns dieser Krankenhausaufenthalt auch ein bisschen geholfen, weil man merkt dann auch, es gibt einfach Dinge, die kann man nicht kontrollieren. Also es ist ja das eine, sich um einen Säugling zu kümmern und immer bei ihm zu sein und ihn zu beschützen. Aber das, weißt du so, dann ist das Kind irgendwie drei, ist in der Kita und dann schießt ihm einer einen Duplo-Stein in die Fresse. So, dann kannst du ja auch nichts gegen machen. Und du kannst ja auch nicht dein Kind immer nur bei dir zu Hause haben. Ich glaube, das Thema Gesundheitszustand oder beziehungsweise Krankenhauszustand und so weiter, darüber hast du bei Eva im Deutschland3000-Podcast auch gesprochen, das kann man sich auf jeden Fall nochmal nachhören. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht nochmal besprechen und du hast es ja auch so ein bisschen thematisiert mit, dass der liebe Spahn, dass du ihm gerne helfen würdest, wenn er denn möchte. Ich glaube, ich glaube, er ist einfach sehr überfordert. Ja, ich glaube, er ist auf jeden Fall überfordert. Apropos Überforderung, weil du musst gleich los, aber ich würde gerne eine Sache, die mich in der Vorbereitung und auch als Fan sozusagen auch überrascht hat, wie schnell ihr wieder so am Start seid. Also so auch, was ihr alles produziert und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist aber ein älteres Interview gewesen, hast du, Thomas, von einem unglaublichen Druck auch gesprochen und da habe ich gedacht, aber woher kommt der denn eigentlich, dieser Druck? Weil eigentlich, ihr seid ja schon sehr, sehr selbstbestimmt in dem, was ihr macht. Warum ist euch das so wichtig? Du hast jetzt bei deinem ersten Auftritt dein neues Solo-Programm fängt jetzt an und so weiter. Das ist ja sehr, sehr viel auch. Warum dieses so unbedingt weitermachen, jetzt auch? Das haben wir gestern gerade wieder gemerkt, wenn man einmal drin ist in der Mühle, dann passt es. Also es ist so viel leichter, immer ein bisschen zu machen, als irgendwann ganz viel. Oder auch gar nichts und dann ein bisschen. Je länger die Pause ist, desto besser muss das Comeback sein. Und wenn die Pause drei Jahre lang ist, ist es einfach ein unglaublicher Druck. Und ich glaube, desto besser muss das Comeback sein, das wissen wir auch, das kommt von uns. Also niemand erwartet so, und jetzt hat Hazel Burger, jetzt hat Hazel Burger ein Kind, und jetzt muss sie aber richtig liefern. Also dieser Druck ist selbst gemacht. Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, ja klar. Es wird ja auch immer wieder an uns herangetragen, dass dann Leute so sagen, ah, bei euch läuft so und chillt doch mal und genießt es doch einfach und so. Aber ich denke mir auch so, ja, das Spannende ist ja nicht, was jetzt gerade passiert, sondern was in der Zukunft vielleicht noch passieren könnte. Das ist ja immer, also dieses nächste Projekt ist ja immer das Coole. Also ich denke nie so, ah, also wie wir dieses Currywurst-Video vor zwei Jahren hingekriegt haben. Die war aber scharf. Die war aber scharf. Nee, das ist ja aber, aber jetzt in dieser Zeit, in dieser, ich meine, das Baby ist vier Monate alt und in so einer krassen Zeit, das ist ja, ihr habt ja vorher schon, das hast du irgendwo, glaube ich du, oder du hast es gesagt, irgendwie 140 Prozent gegeben und jetzt sind es halt 240 Prozent. Das ist ja ein Wahnsinn erst mal und deswegen habe ich mich gefragt, so warum habt ihr nicht ein paar Sachen pausiert und macht es wenig, also weil ihr schiebt ja die ganze Zeit nach und das ist wirklich, also das ist natürlich, ich freue mich und denke auch, ach, das wäre für mich auch total okay. Ich mache mir so, macht weniger, das ist total okay. Ja, also wir werden ja auch zum Beispiel eine YouTube-Sommerpause einlegen und wir sind uns da schon ein bisschen neu am Aufstellen. Ich glaube, wir haben halt auch nicht mal ansatzweise so angetappt, wie wir uns entlasten lassen können. Wir haben zum Beispiel auch noch keine Putzhilfe zu Hause, also es sieht echt aus, also eine Bombe könnte so einen Schaden nicht anrichten. Es ist wirklich eine Bombe, die eine Dreckschleuder drauf hat, die noch ganz gezielt in die Ecken zielt und ich meine, also ich will mich schon einfach überall so ein bisschen entlasten lassen, aber das Ding ist halt auch in unserem Beruf, niemand, also es ist halt einfach ein Beruf, wo du mega krass alles geben musst und halt Warum? Weil es einfach, also unser Humor, finde ich, funktioniert nur dann, weil er ist ja so understating eigentlich, unser Humor und der funktioniert nur dann, wenn es ganz klar aber an irgendwas extrem krasses gekoppelt ist und das ist dann entweder die hohe Kadenz oder das hohe Kaliber der Gäste, mit denen ich rede, also ich kann halt nicht, ich kann halt nicht irgendwie meine Mutter interviewen und sie dann fragen, was hast du heute Morgen gefrühstückt, aber wenn ich halt Harald Schmidt frage, was hast du heute Morgen gefrühstückt, dann ist es halt wieder genial, weil dann die Leute sagen, boah krass, du könntest ihn alles fragen und du fragst sowas Banales und das ist so wie, wenn du, also ich habe so das Gefühl, manchmal wir kochen auf so einem Gasherd mit irgendwie zehn Platten, etwas, was man eigentlich auch in warmes Wasser eintauchen könnte, um es aufzuwerben und so muss das aber sein, weil sonst denken sich die Leute einfach nur, wieso macht ihr denn dieses, wieso, wieso esse ich hier gerade nur breit? Und das eben nicht so aussieht, wie, also ganz kurz, damit ich das nicht verstehe, es soll nicht so ambitioniert aussehen und wirken. Aber es muss halt mega ambitioniert sein. Also du kannst halt nur, das habe ich auch ganz, ganz, ganz am Anfang von unserer Beziehung mal zu Thomas gesagt, weil er hat, wir waren bei so einem Konzert von einer Big Band und dann hat er gesagt, ja, ich finde das irgendwie cool, dass die alle so andere Schuhe anhaben. Und dann habe ich gesagt, ich finde das gar nicht cool, weil die betreiben eigentlich gerade Understatement, aber ich habe mir das Konzert angeschaut und die haben nie was gestatet. Also du kannst nur etwas understaten, wenn du auch mal was gestatet hast. Also bei Mark Zuckerberg ist es ein Statement, dass er nur ein T-Shirt anhat, aber bei jeder anderen Person denkt sich niemand, wow, krass, dass der ein T-Shirt anhat. Wir hatten das ja in unserem Hotel Matze Gespräch auch schon, als es um deine Live-Show ging. Also die ist ja ein Understatement kaum zu überbieten, gewesen. Ich meine, die Crew bestand aus einer weiteren Person. Wer war das jetzt wohl? Der Busfahrer? Der Merger? Das Vorprogramm? Also es ist ja schon sozusagen das gelebte Understatement. Aber gleichzeitig, das muss ich noch nachschieben, einfach um diesen Leuten auch Credit zu geben, haben wir uns im letzten Jahr an entscheidenden Punkten entlastet. entlastet. Also zum Beispiel Beni, der unseren Podcast abmischt oder Stefan Becker, der unsere Videos schneidet, wo ich im Nachhinein auch denke, hey krass, vor anderthalb Jahren habe ich die Videos noch alle selber geschnitten. Wie ging das denn eigentlich? Ich habe, als Hazel schwanger wurde, sehr viel in meinem Kopf rumgeschoben und angefangen zu rechnen, wie machen wir das denn und auch zeitlich und eben versucht, uns personell besser aufzustellen und auch versucht, es möglich zu machen, dass Content rauskommt, wie jetzt das Wimmelbuch von Johannes Weber, an dem wir gar nicht beteiligt sind, der aber trotzdem irgendwas mit uns zu tun hat und so. Also wo ich dann schon merke, es ist möglich, selbst wenn man so viel macht und auch selbst, wenn man so viel kontrollieren will, Dinge abzugeben und sich zu entlasten und das müssen wir, glaube ich, in den nächsten Monaten noch besser hinkriegen. Sonst rasen wir auf eine Wand zu, also das ist ganz klar, weil 200, wie du gesagt hast, 10 Prozent, 40 Prozent, ich weiß nicht genau, das über einen langen Zeitraum, nee, das geht nicht. Das ist einfach unmöglich. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende bei Du musst gleich los. Wo wollt ihr hin? Ich glaube, uns ist einfach wichtig, dass wir auf jeder Position, die wir bespielen, im Moment ist es ja, die Leute denken immer, boah, Hesel und Thomas, die finden das mega geil, dass sie dann so selber noch sowas aufnehmen und dann irgendwie noch so cool, dann hält der eine die Kamera und dann, wir wollen das nicht. Wir wollen eigentlich, dass das Leute machen, die das können. Wir wollen, dass es RTL macht. Ja, uns ist eigentlich egal, wer das macht, solange der Vibe halt stimmt. Wir wollen schon professionell arbeiten. Es ist so schwer, Leute zu finden, also es ist so ein hoher Preis, den Leuten dann immer erklären zu müssen, was man will, wenn man es auch selber machen kann und sich selber ausbeutet und dann nicht noch immer kommunizieren muss. Es ist ein bisschen wie diese Stelle bei Walk the Line, wo irgendjemand zu Johnny Cash sagt, ich liebe deinen schleppenden Sound und er sagt so, ja, ich würde ja gerne schneller spielen, aber ich kann nicht. Genau so ist es und ich glaube, wir wollen eigentlich gerne genau das machen, was wir uns vorstellen, weil im Moment ist es extrem nah dran. Also es ist wirklich sehr nah, so unsere Vorstellung mit dem finalen Produkt, es ist sehr deckungsgleich, aber es ist halt wahnsinnig umständlich für uns, dort hinzukommen und ich hätte halt gerne und Thomas auch, dass wir einfach noch so fünf Leute haben, die dann in dem, was sie dann jeweils machen, einfach die allerbesten sind und jeder halt nur in seinem Fähigkeitenbereich arbeiten muss. Also ich will nicht auch noch vorher in die Hände klatschen, damit alle Kameras synchronisiert sind. Das ist einfach, das ist nicht, ich bin da nicht so gut drin, Thomas macht es auch manchmal, er ist auch nicht so gut drin und es gibt Leute, die können das mega gut. Die können viel besser klatschen. Und einfach, also ich glaube, wir wollen das machen, was wir machen. Wir wollen unsere Vision nicht verwässern lassen, aber trotzdem, ja, also es soll, im Moment sind wir so in so einem klebrigen Sirup und ein Sirup so weit zu verwässern, dass er richtig lecker schmeckt, aber noch nicht eine wässrige Plörre ist und da wollen wir hin zu diesem Sweetspot und ich glaube halt, dass es sauschwierig ist, wenn du einmal zu viel Personal hast, das wieder zu reduzieren und deswegen ist unser Leben halt einfach ein Zirkus, wo wir an allen Hebeln selber drehen. Ja, und es gibt auch bei uns nur ganz oder gar nicht, also entweder du bist voll drin und kriegst dann auch alles mit natürlich und das will man natürlich auch nicht mit jeder Person teilen oder halt eben nicht. Also man merkt es ja bei Anja Schikarski, die passt jetzt aufs Baby auf, die regelt zum Teil unsere Finanzen, die macht, also die verschickt den Merch, die hat Schlüssel zu all unseren Immobilien und so. Ich weiß noch nicht, wie die richtig funktionieren, aber das ist eine andere Frage. Die letzte Frage, ihr müsst euch diesmal einigen, ich habe eine große Plakatwaren am Alexanderplatz, du hast es ja schon mal selbst beschrieben, aber jetzt müsst ihr euch einigen, was würdet ihr für eine Woche für alle BerlinerInnen dort draufschreiben? Muss es ein Wort sein oder kann es auch ein Bild sein? Es sollte ein Satzwort sein. Ein Satz, okay, oder ein Wort. Bleibt gesund. Euer Thomas. Ja, du, dieses Conan O'Brien-Titat, Ja, da dachte ich gerade auch dran. Ach. Letztens hat Conan O'Brien bei seiner letzten Late Night, ganz am Schluss bei der Dankesrede gesagt, do what you love with the people you love and it's going to be heaven on earth. Ich würde sagen. Ich hoffe, die Berliner können Englisch. Ich glaube, die Berliner können Englisch. Sehr, sehr schön, dass wir das gemacht haben. Schon vorbei. Ist schon, also Hesel muss los. Ich check jetzt mal aus. Wir hören uns unsere Stimmen noch gegenseitig vielleicht noch ein bisschen an. Ich fand das total schön. Das war mein erstes Pärchen-Interview. Ach krass. Ich habe sonst immer nur mit Pärchen-Männern mal gesprochen sozusagen, aber das fand ich richtig, richtig schön, dass wir das gemacht haben. Ja, ist auch mega cool, dass du extra nach Köln gefahren bist. Unbedingt. Unbedingt. Und es ist auch mein letztes Interview vor meiner Sommerpause, ja auch vor deiner großen Pause. Und ich würde das wahnsinnig gerne nochmal wiederholen. Ja, total gerne. Mega gerne. Das machen wir einfach jedes Jahr immer im Juli und dann gucken wir uns über die Jahre das an, wie wir älter werden. Und die Fragen immer schleppender vorgetragen. Die Fragen immer schleppender. Wir würden ja gerne schneller, aber wir können einfach nicht mehr. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Max. Es war wirklich eine Freude. Danke. Danke.